Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von This All Net 2. Juhu, äh, wir sind hier falsch. Äh, ja, schön, wir sind hier falsch. Was haben wir denn da, tolles? Schleich ich eigentlich? Ja. Äh, da. Na nü? Darf ich das nicht? Oh, geht ja. So, geht ja, kaputt schlangen. Äh, ja. Ja, ich weiß nun, wie wir zum Generalschlüssel kommen tun. Äh, Moment, so. Wieder Steuerung umgewöhnen. So, flutter Spiele, ne? So, warte, so. So, so. Gestern Riesen gezockt, und jetzt, äh, will ich wieder mit der Maustaste alles anfassen, alles angreifen, alles mitnehmen. Das ist natürlich verkehrt. Jaja. So, so, wir brauchen den Generalschlüssel. Ich bin entzückt. Ich weiß jetzt endlich, wo der ist. Ähm, wo der zu finden ist. Ich bin tatsächlich mehrere Male, äh, ja, an dem vorbeigelaufen. Und was ich auch machen muss, ist mal wirklich ernsthaft, ähm, die Wachen hier auszuschalten. Ich bräuchte da jetzt echt mal einen guten Platz. Äh, einen guten Platz, wo ich mal durch die Zeit reisen kann. Und wo ich wenigstens mal Domino einsetzen könnte. Um die drei Herrschaften hier mal ins Reich der Träume zu schicken. So. Dann. Mhm. Das hat super hingehauen. Ja, äh, würdest du? Komm, Mädel. Reiß für den die Zeit zurück. Hallo. Hallo. Oh, bitte. Danke. Ja, das ist alles nicht so einfach, ne? Alter. So ein Dreck. Da muss ich versuchen, das einzeln hinzukriegen. Also die Leute da einzeln einzuschläfern. Das ist alles nicht so einfach. Auf jeden Fall, äh, wäre es sehr teenlich, wenn wir die hier, ja, bedäuben könnten. Ohne, dass uns immer jemand hier beobachtet. So. Der ist schon mal außer Gefecht. Ah, daneben noch alle beide. Äh, das ist gut. Das ist sehr gut. Na, würdest du? Achso, ich darf ja nicht. Stimmt, ja. Man darf ja keine Fähigkeiten nutzen. Habe ich schon wieder vergessen. Entschuldigung. So viel zu Domino. Mhm. Ich bin auch so ein Domino. So, vielleicht. Oh Gott. Und schon Fehler gemacht. Was? Was? Wo ist die andere Dame? Die müsste jetzt schlafen, ne? Ja, bewusstlos. Hä? Wo sind die hin? Futsch. Na gut. Dann nehmen wir dich auch mit. Warte. Komm her, Schnucki. So. Wo legen wir den hin? Ich würde sagen, da hinten, ne? Ich würde sagen, da so hin. So. Oh! Was? Was war, was war, was war das jetzt? Ups. Was war das jetzt? Wieso brennt der? Ist das so ein Sche... Ist das so eine Kackflasche gewesen, ne? Eine Leiche. Hier. Scheiße. 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 Echt, Entschuldigung. Den habe ich jetzt verkokelt. Ist ja eh schon wurscht. Ey, ist ja egal. Wirklich. Ist egal. So, leg dich zu ihm dazu. Da ist das schön warm. Der ist schon ein bisschen angekokelt. Scheiße. Echt, das wollte ich nicht. Ups. So. Ja. Hat ja auch sogar seine Vorteile, wenn diese Herrschaften da noch Leben tun. Andererseits bin ich jetzt überfragt und weiß gerade nicht, was wir schon alles gemacht haben. Aber ist eh wurscht. Ich habe jetzt mal in erster Linie nicht das Ziel, hier alle Knochen, Artefakte und Runen zu finden. Ausnahsweise mal. Oh, da ist noch einer. Weil das Ganze hier jetzt sich eh schon wahnsinnig in die Länge zieht. Und ich will da jetzt eigentlich nur mal durch, ehrlich gesagt. Beziehungsweise, nachdem der eh noch rennt. Was hätten wir denn schon eigentlich runentechnisch? Hätte ich schon wieder? Ja, eine. Bravo. Sehr gut. Eine ist immer gut. Wahnsinn. Es geht sich aus. Es geht sich aus. Es geht sich aus. Ich dachte, da kommt wer. So, komm mit, Schnucki. Also, wie gesagt, in erster Linie will ich mich diesmal nicht um die Runen kümmern und die Knochenfragmente streng sind. Von den Fähigkeiten habe ich alles, was mich so interessiert, was ich gerne einsetze. Und hier in dem Level können wir sowieso nichts einsetzen. Und deshalb, ja, Halbzeit, belasse ich das mal so. So, flieg. Die Gnädie geht da auch. Das tut mir jetzt aber echt leid, dass der verkokelt ist. Ich meine, das ist aber echt gemein. Wie kann man das nur so machen? Frechheit ist das. So, und die eine Dame, die hier gekocht hat, die ist sowieso verschwunden. Die hat scheinbar die Beine in die Hand genommen und ist davon gelaufen. So, passt. Auf jeden Fall ist es jetzt mal speicherungswürdig eigentlich. Ich werde mal da hin und so. Ja, und so. Sehr gut. Und weiter geht's. Und den einen ist mir es wurscht. Ich schaffe es sowieso nicht, das die Fehler frei durchzubringen. Dafür bin ich einfach viel zu schlecht. Da oben haben wir dann auch noch zu tun. Dazu kommen wir aber später. So. Gegessen haben wir eigentlich schon. Jetzt kommt, glaube ich, würde ich mal sagen, ein recht schwerer Teil. Weil uns ja, wie gesagt, niemand sehen sollte. Und ich am überlegen bin, in die Vergangenheit kurz mal zu reisen. Ich glaube, das werde ich machen. Ist eher das Einzige, was man nutzen... Schau, was wir nutzen dürfen momentan. Außer. Aha. Ja, ja. Er kommt schon her. So. Tammer dich schon. Das geht ja gut. So. Würgi, Würgi. Komm mal mit, Freund. Wir schleppen dich wieder weg. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß, das ist etwas umständlich, sag ich mal. Aber effektiv. Da-da-da-da-da-dam Da-da-da-dam Da-da-da-dam Da-da-dam 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 Hü-hü-pf So Fast haben wir wieder ein weniger So So kommen wir gut durch So, hab ich hier Ist hier noch was? Ich habe keine Ahnung, wo ich den Spielstand geladen hab Ehrlich gesagt, äh, ich wollte einfach nur Eigentlich niemanden Oder so gut wie niemanden umbringen Aber, wie gesagt, ich krieg das eh nie hin Also, scheiß da rum drauf So Jetzt sollten hier noch Wachen sein, glaube ich Ja, da hinten krebst einer rum Haben wir was zum Ablenken? Eigentlich ja, ne? Zweier Münzen Ja, mal das Glas Okay, war's Was war das? Wie viel sind denn das jetzt? Drei Ich sollte mal kurz in die Zeit wechseln Entschuldigung So Dann Eigentlich sollte man Eigentlich sollte man sich hier unter dem Tisch verstecken So Hier unter dem Tisch Soll der Generalschlüssel sein Ja, ich geb's zu Ich hab's nachgelesen Ich war total verzweifelt mittlerweile Gebe ich offen Ehrlich zu Aber so richtig verzweifelt Hä? Dessen kommen jetzt alle daher? Schweinerei ist das Echt? Kann ich denn jetzt hier niemanden irgendwie erwürgen? Hm Ich könnte jetzt einmal den Schlüssel suchen Er soll hier irgendwo Das ist doch der Speisesaal, oder? Vielleicht nicht unter dem Tisch Sondern auf dem Tisch Das könnte auch noch sein Das ist echt saugemein Dass man hier nicht äh Domino nutzen darf Wo sind's denn jetzt? Die Burschen Der geht gleich mal auf dem Tisch Hey, das macht man aber nicht Wenn hier dann die feinen Leute sitzen Du Kerl Ich muss halt echt probieren Einen nach dem anderen auszuschalten Der eine ist, glaub ich, rausgegangen Ne? Das könnten wir schon nutzen Für uns Tut mir leid, dass ich so schlecht bin Ah, jetzt kommt er wieder rein Ist eh logisch Mist Tja, natürlich Das ist jetzt echt doof Ich kann kaum jemanden Würgen hier Ich könnte aber auch Äh, schnell suchen Den Ort Wo dieser Schlüssel liegt Den Ort Den Platz Ja, jetzt bleib ich hängen Hallo Das gibt's ja nicht Wo ist denn der? Da soll der Schlüssel sein Irgendwo Ist doch Ist doch hier der Speisesaal Also für mich schaut's aus Mit dem Speisesaal Da Ist nur eine Pistole Das ist echt Mysteriös Wo ist jetzt der eine Hampelmann hin? Da steht er Wenn er sich umgedreht hat Kontrollieren Jetzt kommt der daher Ist eh logisch Ich wollte nämlich zuerst Den erwischen Der hier sitzen tut Eigentlich Wird wahrscheinlich Gar nicht möglich sein Ha So, wieder zurück Ja, das lief schon mal Nicht so schlecht Nein Der ist bescheuert, oder? Ja, der ist bescheuert Gut, der liest einfach so Der kriegt gar nicht mit Dass seine Kollegen hier Bewusstlos sind Ja Gratuliere Schön So Dann hätten wir alle drei Dann darf ich mich auch endlich mal aufstellen Wieder Und hier Handbuch für neue Werkarbeiter Das hatten wir schon, oder? Ja Dann hier halt Der Beutel Pistole Ist das hier nicht Der Spei... Das schaut doch aus Wie ein Speisesaal Hä? Und hier soll Eigentlich Der Generalschlüssel sein Scheibe ich nur blind Und was haben wir da? Generalschlüssel Da ist er Auf diesem kleinen Hocker Passt Genau das Wollte ich haben So Jetzt geht's uns schon leichter Jetzt geht's schon viel leichter So Generalschlüssel Damit Was bist du eigentlich für eine Flasche? Gar nichts Einfach nur Flasche Du Flasche So Das ist speicherungswürdig Wieder mal Muss ich ganz ehrlich sagen Das haben wir fein gemacht So Ja Speichern bitte Bravo Gut Und dann geht's auch schon weiter So Dann können wir hier normalerweise schon alles aufschließen Yeah Schaut der zu uns her Oder mit dem Rücken Ich versteck mich auf jeden Fall mal hier drinnen ganz kurz Was haben wir denn da? Schau mal Münzen 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 Pistole brauchen wir nicht Gibt's sonst irgendwas von wert Diese Musik Ne? Wahnsinn Der hat einen Schlüssel Ein Generalschlüssel Der auch Oh Maria Das sind Leute Du liebes Bisschen Sind da Leute Okay Wir müssen aber da irgendwie rauf Ne? Wir müssen auch zum Hinterhof Aha Okay Ich hab keine Ahnung wo wir sind Ganz mal ehrlich Ah da sind wir In seiner Werkstatt Ne? Ja ja Ich wissen schon Bescheid Was hab ich an diesem Abend in Dunwall getan? Oder Was tue ich jetzt? Jo Vor drei Jahren Bist du wahrscheinlich wieder abgehauen Mädel Das ist halt Wenn du nie Bezug zu deinem Volk hast Wie sollst du wissen Wie es deinem Volk geht? Wie sollst du das wissen? Ehrlich Das kannst du ja gar nicht nachempfinden Wenn du ein reicher Schnösel bist Sag ich mal Wenn dir wirklich an nichts fehlt Nichts Gar nichts Es fehlt dir an Überhaupt nichts Du kannst von einem Tag In den anderen leben Brauchst dir keine Sorgen Um Geld zu machen Boah schön ne? Keine Sorgen Um Geld zu machen Brauchst einfach nur leben Einfach nur leben Achso Warte mal Kommt da rein Ist da nicht irgendwo der eine Kerl Der Wächter Den muss ich auch noch erwügen Der müsste hier auch wo sein, oder? Dann gibt es noch eine Möglichkeit Das wir verhindern können Das finde ich auch sehr interessant Wir können Aha Okay Wir können verhindern Dass dieser arme Mr. Stiddleton Wahnsinnig wird Ich hoffe ich kriege das hin Dazu sollen wir ihn bedäuben Ich hoffe es reicht auch Wenn er nur bewusstlos ist Die Wahrscheinlichkeit Dass wir was zum bedäuben kriegen Ist ja recht gering So Okay Das ist nur die Werkstatt Das haben wir ja auch kontrolliert Glaube ich Scheint so Und dann können wir uns vielleicht Diesen Blutfliegen widmen So Ah da will sogar eine Rune Warte mal Dann schauen wir mal Was Mami sagt Diese Stadt Ist ein Ort der Reichen Aber nicht jeder Kann am Festtisch sitzen Ja Das ist so Ja ja Au Irgendwo hier ist doch dieser Wächter Oder Ah da haben wir einen Lift Den Lift glaube ich Den brauche ich auch noch Den Lift brauchen wir auch noch Oh da Ja ja So Den Schafurt Tschüss So Ja Weil ich das gut kann Äh Was haben wir denn da Kabelwerkzeug brauchen wir nicht Haben wir mehr als genug Ja ja Später So Hier sollte irgendwo ein Überfluteter Keller sein Ich meine Wir sind im Keller Vielleicht in der Vergangenheit Lieber sanft fallen lassen Das ist das Spiel der Wehr Das geht nicht kaputt Ich mach mir keine Sorge Dass was kaputt geht Du weißt warum der Keller Abgeschlossen ist Blutfliegen Ja Die sollen neugierige fernhalten Und wir kommen später zurück Um die Beute zu Halt Ich muss mal kurz springen Was hat grad da die Die der das Das Glas zerstört Ach du heilige Naja Äh gut Mäuschen Ja hallo So Was haben wir denn da Und Au Was ihr Was Ihr geht's mir an Ihr Bastardviecher Da hab ich euch gar nichts zu leide getan So Undichte Stelle im Keller Ja Mein treuer Jamie Ich habe eine undichte Stelle im Keller gefunden Nein Repariert es sie nicht Mein guter In der Nähe befinden sich Ein Blutfliegen Und die Lage ist insgesamt Viel zu gefährlich Ich bin mir sicher Dass sich eine andere Lösung finden wird Wenn ich mir ein paar Gedanken mache Leider muss ich mich gerade Um so vieles kümmern In der Zwischenzeit Sollten wir diesen Teil des Kellers verriegeln Um die Gefahr einzudämmen Das Wasser dürfte noch ein wenig steigen Also lass die Verschluss Die Verschlussstöpseln geöffnet Wie geht es deinem Bein Falls es immer noch Probleme macht Kann ein Arzt sich das mal anschauen Mit freundlichen Grüßen Eremis Oh wie nett Sehr sehr nett So Wo sind jetzt die Wachen Ich sehe momentan nur einen Hampelmann Und das ist der da Hä Wo ist er hin Hallo Da So Gleich wieder wechseln Jetzt ist er da Jetzt laufen sie herum Wie die Narischen Jawohl Macht nichts Er ist nicht tot Er ist nur betäubt Da sehe ich ein Knochen-Ding Da oben irgendwo So Der hatscht hier lang Alle beide sogar Was nicht so krass ist Aha Der hat auch wahrscheinlich So einen Generalschlüssel Die teilen sich auf Das würde mir jetzt Sehr gut gefallen Das gefällt mir gerade Wahnsinnig gut Warte 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 Wo gehst denn du hin Aha Nicht gut Aber vielleicht jetzt Das war falsch Das war falsch Das war falsch Ich dachte er dreht sich nicht um Er hat sich umgerissen In dem Moment Und das kam mir jetzt gerade Nicht zu gut Nicht zu gute So Dreck Ich muss mich gut hinstellen Kommt der jetzt wieder her Ich weiß nicht Wen ich mir zuerst schnappen soll Der würde sich echt anbieten Wenn es nicht zu viel herumdrehen würde Passt Und weg bin ich So Da war es nur noch einer Und haben wir schon Fein Sehr gut So Was hast du denn da Schönes Einen Generalschlüssel Schon der dritte Wenn du denkst Ne Super Was haben wir da Oh Aha Bin voll Da werden wir mal sowas trinken Oder So Her damit Gut 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 So Ich brauche eigentlich nicht mehr schleichen Ich darf mich aufrecht hinstellen Wer hätte das gedacht Was Hm Hm Also das ist nur ein Bug Alter ich dachte Da wäre es noch einer Das war doch nicht etwa wieder Hä Wo kommst denn du jetzt her Wo kommt denn der jetzt her Das ist jetzt aber nicht so eine Ernst Wo ist er aus deinem Loch Das stimmt Scheiße Ja wie machen wir das Ich habe gerade keine Ahnung Warum steht der da Hm hm Wasser Warum steht der da bitte Hallo Hallo Ist da wer Wieso sind die jetzt da Das gibt es ja nicht Hä Wo kommen die jetzt alle her Und warum muss der ausgeht auf der Kiste stehen Ich kriege es nicht hin Ah die Kugel Die brauche ich auch noch Ja die hauen jetzt schon mal ab Das sind noch zwei Drei Den kann ich mir vielleicht schnappen Boah ist das gerade ein bisschen anstrengend Echt Wieso Wieso haut denn das nicht hin Weil ich nicht schleiche Ach leck mich doch am Bucken Oh der ist mal weg Oh der ist mal weg Das kann es echt nicht sein Warum steht der da so behindert auf der Kiste oben Ist ja ungeheuerlich Echt Der nächste Nächste So Und dann sie noch Der da oben macht mich wahnsinnig Was macht der da oben Ja Du auch So Passt Die haben jetzt mal ausgeschaltet Sehr gut Ja schnachts nur schön Habt ihr irgendwas für mich? Mir kam vor Da war irgendwie vielleicht was zum Stibitzen Nicht so wirklich So was machen wir jetzt mit dem einen Hampelmann Ich habe keine Ahnung Auf jeden Fall könnten wir hier mal speichern Weil der Part ist eh schon zu Ende Wir werden im nächsten Part uns darüber den Kopf zerbrechen Ihr Lieben Das war es wieder für heute Wir haben bald die gesamte Ja Belegschaft hier in den Schlaf versetzt Was ja nicht so schlecht ist Jo Ähm Und wir werden halt im nächsten Part schauen Dass wir hier weiterkommen tun Vielleicht wäre es mal schlecht Wenn wir diesen Aramys Stilton auch mal treffen könnten Das wäre sehr sehr fein Na gut ihr Lieben Das war es dann wieder für heute Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen Fürs Zuhören Fürs Zuschauen Wünsche euch einen schönen Tag Einen schönen Abend Je nachdem Wenn ihr das Video schaut Und wir hören uns beim nächsten Mal Tschüssi